Herzlich Willkommen zurück zu Siedler 3. Wir sind bei der sechsten Asiaten Mission. Ähm, das ist die Fähre. Dann geht hier auch in die Fähre. Theoretisch wäre ein Dieb dort auch noch, ähm, sinnvoll. Na, komm du auch mal her. Oh, dann kriegen wir da noch hier was hin. Äh, dann baut ihr jetzt noch ein Handelsschiff für hier. Süddeutsch ist eigentlich auch ganz gut aus. Ähm, darum bauen wir noch eine Eisenlinie hin. Und, da hätte ich gerne eine Kohlenmine, aber das geht nicht. Da könnten wir vielleicht mal das Schnee wegmachen. Könnten wir, allerdings brauchen wir einen Turm. So, Kaserne wird auch gebaut. Hier werden wir siedeln. Ähm, wie wird die Sachen da runter? 16 Holz, 16 Stein, erst mal. Da müssen wir mal gucken, wo wir dort was anbauen können. Ähm, Kaserne ist bald fertig. Ähm, Getreide werden wir hier unten ein bisschen, trotzdem hier anbauen. Ähm, wie viele Ecks da haben wir da noch? Eine. Ähm, ja. Die eine Axt muss da rüber. Ein paar Steine sind schon mal da. Gut, äh, wir müssen zwei Hämmer und zwei Schaufeln produzieren. Ich dachte, ich müsste alles selber hier rüberschaffen. Aber gut, mit dem Schwert kann ich nicht viel anfangen, aber... Holz und Stein. So, ihr findet kein Holz mehr. Äh, du fällst mal grad hier oben. Und du fällst hier. Ihr pflanzt mittlerweile auch Bäume an. Ähm, dann. Was machen wir dann? Oh, wir haben hier sogar einen Berg. Der Turm ist fast fertig. Fischerhütte steht. Und da oben sind auch noch Steine. Und Holz. Aber ich muss sagen, zum Nahrung produzieren, so viel freie Fläche sehe ich das jetzt auch nicht. Also, wir haben eine kleine Armee. Wir haben bald wahrscheinlich die ersten Fische. Wir könnten hier auf der Insel Grunde und Getreide rüberschicken. Was können wir dann hier? Hm, Getreide nicht. Getreide können wir aber wie gesagt hier unten. Ähm, Fischer könnten wir noch bauen. Ja, das habe ich gesehen, dass das Handelsschub fertig geworden ist. Baut mal noch eins. Baut mal hier oben noch einen Handelsschub. Ähm, ja, die ersten Fische sind transportiert worden. Ich hoffe, die liefern die Kohle jetzt auch da drüber. Ich habe mich auch schon gewundert. Ah, Holzfäler kann ich da doch nicht hinbauen. Ähm, wir brauchen eine Kohlenmine hier. Und wir brauchen eine Goldmine. Die Goldmine stellen wir erstmal auf Pause. Ähm, dann gehst du hier hin. Zu Stort noch. Und Schwert. Vereinzelt sind hier Waffen. Hier kommt hier rüber. Und wir bauen dann hier Getreide an. Bauen wir hier eine Windmühle hin. Da oben eine Bäckerei. Und dann müssen wir hier irgendwo noch ein Wasserwerk hinbauen. Das sieht doch aus, als könnte man dort ein Wasserwerk hin. Ah, und du könntest mal anfangen zu arbeiten. Jetzt haben wir gleich ein Problem mit dem Holz. Du gehst dorthin. Du hier hoch. Natürlich wollte die Kohle zur Werkzeugschmiede. Äh, die Waffenschmiede stellen wir jetzt einfach mal aus. Ähm, das sieht doch gut aus. Hier haben wir auch noch ein paar Angeln. Ach, ja. Da haben wir noch Gold. Keine Ahnung, inwiefern wir das noch brauchen. Im Moment sieht's nicht so aus, als bräuchten wir eine zweite Goldmine. Wir bräuchten eigentlich auch noch ein Wohnhaus. Ähm, da kommt ein kleines Wohnhaus hin. Hier oben will ich, wenn möglich, noch das Wasserwerk. Dann haben wir sogar eine Chance hier gut Roh zu produzieren. Warum brauchen wir unter Umständen die Insel hier gar nicht? Ach, wenn wir Römer werden, können wir hier die Wüste noch weg machen. Äh, du, du. Da sieht doch gut aus. Fangen wir da oben die Bäume noch weg. Äh, und da müssen... Komm, das reicht doch, wenn der Baum da weg ist. Ne, reicht natürlich nicht. Ja, wenn der weg ist, geh ich mal davon aus, es reicht. Hoffe ich einfach mal. Der Feind rührt sich noch nicht. Ah, der erste Hammer wurde produziert. Na, oben kommen auch noch Kohle für Werkzeuge. Naja, ungefähr Eisenbahn, aber... Ähm... Kommt ihr immer hier hin. Wir werden uns bis hierhin ausbreiten, dann werden wir hier ein Wohnhaus bauen. Dann bauen wir hier mal einen großen Turm und... bei... Bei... Ähm... Das geht doch auch. Machen wir es so. So. Dann kriegen wir hier unten Reis. Noch mehr Getreide. Der erste Hammer ist geliefert. Ach, das gibt's nicht. Reicht echt nicht aus. Wie groß ist denn so ein Wasserwerk von den Asiaten? Dass man das nirgendwo hin platzieren kann. Hm. Noch mehr Holz, noch mehr Stein, noch mehr Schwerter. Ja, Edelstein, mit dem können wir gar nichts empfangen. Dann können wir dich auch auf hier runter stellen. Dann können wir dich anstellen. Beckerei wird fertig und wir kriegen kein Wasser. Im Zweifelsfall kann ich hier eins bauen. Was ist eigentlich hier mit dem Bergstück? Und auch um dem. So. Du bist fertig mit erkunden. Du kannst theoretisch nochmal zurück. Wird das jetzt rüber geliefert mal. Wir haben daraus Planierer gemacht. Stellen wir mal auf Null. Das gibt's nicht. Ich brauche unbedingt das Werkzeug da und die werden zu Bauarbeitern und Planieren. Da unten können wir ein Wasserwerk hinstellen. Was ist das Besold? Gar nicht. Du fällst mal hier. Du fällst hier unten. Du sollst auf die Fähre. Der Feind muckst sich immer noch nicht. Da drinnen können wir eine Goldschmelze bauen. Was das Wasserwerk so groß ist. Das wirkt immer so winzig. Hm. Kriegen wir Schweinefarm und Schlachterei irgendwo unter? Ja. Der große Turm ist fertig. Dostile können wir hier hinstellen. Das wäre gar nicht so eine schlechte Idee. Ähh. Bababam. Wir bräuchten allerdings auch langsam nochmal Wohnräuser. Könnten wir hier eins hinbauen. Können wir ja auch abreißen. Die kleinen relativ schnell und fix. Was ist das? Ich dachte das sehen ihre Landfläche wäre hier unten. Scheint sie auch an sich zu sein. Aber das Land macht da doch oben oben oben. Faszinierend. Ähh. so, hier baut er fleißig machen wir hier ne destile ähm, so, ein kleines tempel machen wir hier vielleicht doch keine destile, schauen wir erst mal da können wir einen Reisbauer hinbauen, das wäre auch gar nicht so schlecht die Stile bauen wir dann da oben hin und bauen wir hier ein kleiner Tempel hin das ist doch ne Idee Reisbauer, der Stile bei die Kohlenmine und ein kleiner Tempel schauen wir mal was dort ist Bogenschützen könnt ihr tatsächlich mal herstellen da oben könnte es sein, dass ich da sogar behalten ja fangen wir ein mittleres Wohnhaus hin haben wir eine Goldschmelze im Wohnhaushalt gegeben, ne du kommst aber am besten hier hin, da hast du am besten Überblick und ich würde hier gerne gucken gehen wie unser Feind so aufgestellt ist wir haben ja noch einen Dieb übrig komm mal hier runter da ist ein Geologe, also im Moment verbraucht er seine Kohle nicht, das ist ganz praktisch das bedeutet wir haben mehr Zeit, wir haben noch einen zweiten Bogenschützen, können wir einen Auftrag geben, wir werden den Turm hier möglichst besetzen, kommen die mal kurz weg dann können wir eigentlich auch noch einen Speerträger herstellen und ihr zwei kommt hier runter, besetzt den Turm du gehst ganz vorsichtig mal gucken an dieser Stelle bedanke ich mich aber wieder fürs Zusehen wünsche noch einen gesegneten Tag und Tschüss und dann können wir die verletzt das